Wir sind auf unserer Suche nach Qualität und Zufriedenheit der Kunden von OPAG bei der Firma RC Andrea mit Sitz in Allesheim. Allerdings sind wir jetzt hier in Rheinhach beim Lager und hier neben mir ist die Frau Therese Hübscher. Danke schön, dass wir zu Ihnen kommen. Sehr gerne. Als erstes möchte ich Sie fragen, was Ihre Produkte und Dienstleistungen für Ihre Kunden einzigartig machen? Unsere Produkte werden nach qualitativ hochstehenden Massstäben ausgesucht. Wir schauen, dass die Produktion möglichst natürlich ist, möglichst azufrei, also ohne künstliche Farbstoff natürlich hergestellt. Wir tun hier im Lager die Produkte für jeden einzelnen Kunden in seinem Wunsch entsprechend nochmal ausstatten und so gehen sie dann in den Laden. Das klingt interessant und jetzt nimmt mich natürlich Wunder von OPAG, ob OPAG-Wan da auch eine Rolle spielt bei dem, was Sie für Ihre Kunden machen? OPAG-Wan spielt da eine grosse Rolle dabei. OPAG-Wan ermöglicht uns, die Flut von Daten zu erfassen und zu verwalten. Und wir arbeiten jetzt auch seit fünf Jahren mit OPAG-Wan, wo wir mit den grössten Kunden angebunden sind. Und das erleichtert unseren Alltag schon ziemlich massiv. Und dann gehe ich davon aus, dass natürlich die OPAG-Wan mit OPAG-Wan gelöst sind. Selbstverständlich. Sehr schön. Was mich jetzt Wunder nehmen würde, ist das Thema Schulung. OPAG-Wan. Sie selber sind ja auch schon bei uns mehr als einmal in einem Kurs gewesen. Und vielleicht können Sie uns mal sagen, was Sie bei uns schon in der Schulung besucht haben und auch wie Sie davon profitiert haben. Ja, wir sind schon alte Kunden von OPAG. Wir sind schon seit 1992 dabei und haben dort mit Insight eine Grundschule gemacht für alle Mitarbeiter, die damals anwender gewesen sind. Und das hat uns einen guten Einstieg gegeben in die neue Programmstruktur. Und wir haben dann laufend einfach anpasst auf die jeweiligen Bedürfnisse, haben wir die Leute immer wieder in den Kurs geschickt. Ich bin jetzt, am letzten ist OPAG Campus DEMAS gewesen. Das hat mir sehr viel geholfen, mich in dem neuen Archivierungssystem zurechtzufinden. Das ist wunderbar. Das wäre mir jetzt gerade die Frage, wenn Sie ja stellen wollen. Könnten Sie sich den Nutzen von OPAG vorstellen, ohne dass Sie eine entsprechende Schulung haben? Das scheint eben nicht so zu sein. Das hilft Ihnen? Also vorstellen, man lernt viel beim Selbersuchen. Es ist halt ein eigener Workshop, wo man sich da kreiert. Aber es erleichtert einem schon unheimlich viel Freude. Man spart viel mehr Zeit, als wenn man hierher geht und zum ersten Mal stundenlang selber sucht. Da hat man ein breiteres Wissen, wenn man das bei OPAG Campus vermittelt, kriegt. Und mein Druck ist, ich gehe einmal mit x Fragen an eine Schulung und bekomme dann nicht unbedingt die Antwort, die ich erwartet habe. Aber dann wird mir die Fülle von Möglichkeiten aufgezeigt, was Sie alles daraus machen können. Und das ist jedes Mal wertvoll. Das klingt spannend. Danke schon vielmals. Vielleicht jetzt doch noch eine Frage. Sie haben gesagt, seit 19 Jahren arbeiten Sie mit OPAG zusammen. Ja, seit 19 Jahren. Seit 19 Jahren. Da haben Sie ganz knapp den goldigen Winkelschleifer verpasst. Leider haben wir den verpasst, ja. Das ist wirklich tragisch, oder? Wir müssen uns mal schauen, ob es dann für 19 Jahre recht schön gibt. Das ist ja auch eine Trostpreise. Also es muss nicht ein Winkelschleifer sein, es kann auch sonst etwas kleines Goldiges sein. Okay. Ich nehme die Anregelung mal mit, dass wir auf keinen Fall rausschneiden dürfen. Ja. Das ist sehr schön. So. Gut. Gern? Können Sie die OPAG testen? Klar. Also, wir testen. Erz. Andrea. Gut, klar. Das ist nett. Das finde ich gut. Untertitelung. Gut, klar. Ich nehme mal dir own. Untertitelung des ZDF, 2020